Heute wollte ich eine neue Videoreihe starten, nämlich ich werde jetzt mehrere neue Futterpflanzen für meine Vögel testen. Diese Futterpflanze, was ihr aber jetzt hier heute als Leckerli bekommt, bekommt sie schon über längere Zeit, daher ist es auch schon eine bisschen größere Menge. Nämlich heute wollte ich euch mal zeigen, wie meine Vögel auf Salbei reagieren oder wie es sozusagen eher gesagt denen schmeckt. Salbei ist sozusagen von den Vögeln eher sozusagen mehr so zerstörungstechnisch da, natürlich tun sie ein bisschen den Saft aussaugen, ein bisschen fressen, aber sozusagen mehr sozusagen ein bisschen zerstören. Und das wäre es sozusagen heute mit dem ganz ganz kurzen Video, dafür kommt dann morgen wieder ein längeres. In dem Sinne euch einen schönen Tag, bis bald und ciao, ciao.